Sie kommen, um zu erobern. Niemand ist darauf vorbereitet. Jede Flucht ist zwänglos. Die Monsters of Funk sind überall. Mein Gott, Baba, was ist denn jetzt schon wieder raus? Das ist doch so jung, dicke Scheiße. Es war die Probe von dem Meteorit, Marge. Ich habe keine Worte, was los ist, aber... Jetzt versuchen Sie sich jetzt mal zurück. Dann gucken wir gemeinsam, was hier in Gottes Namen vor sich geht. Also, die Probe, die wir von den Meteoriten überprüfen lassen sollten. Wir haben da was gefunden. Ja und? Ein anderes Lebensform, irgendetwas Außerirdisches. Ich habe es nie gesehen. Jedenfalls vermute ich ein Virus. Höchst ansteckend, aggressiv und ohne jede Infektion. Ich bin in der Inkubationszeit. Und Marc, der ist kontaminiert. Ich habe schon einige Tests gemacht, aber ich komme einfach nicht weiter. Mein Gott. Wo ist Marc? Wie geht's ihm? Es geht ihm nicht gut. Also eigentlich weiß ich das gar nicht. Ich habe ihn einsperren können. Ich kann mir auch nicht erklären, wie es funktioniert. Aber ich habe bei Tests festgestellt, dass das Virus sozusagen auf bestimmte Musik reagiert. Auf Schwarz- und Frankmusik. Es ist wie eine Art Milieukoordinanz. Und man kann jetzt sozusagen Beschäftigung oder Besänftigen. Ich habe ihn nicht gerne. Gibt es noch weitere Infizierte? Ja, der gute, der die Probe heute gebracht hat. Ein gewisser Thomas Behrendt ist tot. Das Ironische dabei ist, es war sein erster Arbeitstag. Ausbreitungshochrechnung? Habe ich gemacht. Zwei Tage Deutschland, vier Tage Europa, sechs Tage, vier Milliarden Infizierte. Mein Gott. Wollen Sie mir sofort die Kanzlerin ans Telefon? Das neue Album, In The Machine. M writer, minder Infizierte. Musterton. Miten Roонь für viele Äんだler. Miten Rooney. Miten Rooney. Vielen Dank.